Willkommen zu Transformers Untergang von Cybertron. Ich hatte es ja angekündigt, dass wir, nachdem wir den ersten Teil durch haben, gleich mit dem zweiten Teil weitermachen. Ja, und das erste Kapitel ist der Aufbruch. Ja, weiter. Wie es aussieht, kann man hier auch nicht mehr die Charakter wählen, sondern kriegt einen Charakter vorgegeben. Oh, die Arsch ist fertig, so wie es aussieht, und ab geht der Flug. Er lässt einen auch nicht in Ruhe, der Junge. Ja, 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 ja... Und dann... Hm. Was ist das? Oh! Genau. Man sieht doch, die Grafik hat sich auch schon schön verbessert. Oh Gott. Also wie gesagt, das Spiel habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Nicht so lang wie den ersten Teil, aber... ...lang genug, um mich auch erst mal... ...neu orientiert zu müssen. Jetzt hat man auch wirklich schon den direkten Vergleich. Wie schön die Grafik jetzt geworden ist zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Was hab ich überhaupt für eine Karton in der Hand? Oh! Wer tut das schon? Oh! Oh, toll! Na, dankeschön! Na toll! Okay. So, Befehlschiff. Ich hab jetzt das Kommando hier. Also... ...Also... ...Alfred kein Autobot-Symbol trägt, wird niedergeschossen. Okay. Oh, okay. Toll! Ah! Sicherung. Oh, toll! Wow! Ich bin schon alleine. Ich bin schon alleine. Ah, so ein kleines Tutorials hier. Mal mit dem... ...Rumsteuerung klar zu kommen. Na? Dankeschön. Wow! Oh, wow! Oh, wow! Ah! Ah! Mann! Oh! Oh Gott, wie war das denn nochmal? Oh Gott, hab ich auch ewig nicht mehr gemacht. So! Ah! 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 So ernsthaft! Ah, wie gesagt, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Ah! So! Genau! Zack! Ah! Ah! Und! Pau an! Ah! Ah! Zack! Ah! 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 I should give... I give my best. I give my best. I give my best. Ah! Ah! Ich bin schon bei dir. Ah! Ich bin Rechtshänder. Da brauche ich die Hand nicht wechseln. Ah! Du! Sack du! Schleichen! Und! Roms! Ah! So war das genau! Ah! 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 I can just locate Optimus. There! He's taking Mechatron head on! Ah! 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 Oh! Obуть! Durch! You are there now. I need your help. That small one must got out of your alternate commander back into gear. Change form and roll out... Ja, passt schon. Wow, up, up, rot, he goes. Wow. Wow. Oh, noch schneller. Oh, eine Fresse. Wow. Ah, ich helfe, ob ich kann. Ja, ich helfe. Ich helfe. Ich helfe. Genau, mal her, her. Ah, das stimmt ja, jetzt war er auf jeden Fall mit leichten Waffen oder normalen Waffen und schwere Waffen. Genau. Im Gegensatz zum ersten Teil kann man jetzt nämlich auch schon mal rennen. Oh. Oh Gott. Wohoho. 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 Woho. Weg mit dir. Wenn wir so ein paar Granaten zu nehmen, ist ja wohl auch ein bisschen Quatsch, oder? Oh. 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 Oh, Munition. Leben brauche ich nicht und da ist Munition für die schweren Waffen. Oh ja, das heißtangel ist ja. Sehr一點. Das war so. Oh�� história! Oh Frau. Look her voice. So achievements. Well, im Auf analyses Auch nicht nur mit in Chiefs. Mit dem Weg sinnfalt, ist ja weg. weg mit euch ein stress hier auf dem chef noch was auch gerade mal so hier rein so wie es aussieht immer mehr oder kommt schon geflogen fast in die zahnräder an megatron und optimist die fand sich mal wieder ein doel wie die schulkinder oh gott ist denn was für eine knarre hat er denn in der hand wammel mich schmeißig ganz tapfer dazwischen au volle möhre abgekriegt okay Die Cybertron, der ganze Welt wir Autobots haben, um die Decepticons zu retten, kann uns nicht mehr unterstützen. Die Eons der Civil War haben die größte Herausforderungen gemacht. Unsere Planeten hat sich verabschiedet, um ihre Produktion der Leben zu geben. Wir haben uns überrascht, um eine neue Leben zwischen den Sternen zu finden. Ich bin Optimus Pearl, Leider des Autobots. Wir wissen nicht, wie viele von unseren Brüdern eskappen von Megatron. Drei, sechs Tage zuvor. Drei, sechs Tage zuvor, Optimus. Mein Team wird alle Systeme aufbauen und archivieren. Gut, ich werde die Beobachtung auswählen. Aber erst... Oh! Optimus, Decepticons sind durch Sektor 9-12. Das war Grimlock's Post. Mehr Decepticon Squadron sind für den Norden und den Westen. Oh! Nachher Einw Roberto haben denứng DInnen. Ich tin, dasselbe, Name fällt unten. So, wir werden heute danken. Vielen Dank.